Hinten. Na dann merkt man, dass die Reifen noch neu sind. Ja, 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 ja. Ja, da wollen wir stürzen da vorne. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Das ist ein ganz schönes Reifen, den ich reinhalte. Grenzer! so Untertitelung des ZDF, 2020 Von Klang her einmalig, ja, der AMG Einmalig, absolut, aber der ist ein bisschen zu schwer Spätquartier drauf, der Typ Den kennst du nicht Von Klang her einmalig Von Klang her einmalig Von Klang her Von Klang her Ja, da blinkt doch ein blöd Mann, ja, jetzt blinkt er links Ich überhole nicht rechts, egal wie sie nicht links blinken Doch, wenn der so blinkt Dann reicht es zu spät Zwei Meter zu spät, ja? Ja Ja Ich habe hier so einen Laden vor mir, der sogar beim Fahren noch gefilmt hat. Den habe ich noch geholfen und dann habe ich gedacht, wo bist du denn? Ich habe hier so einen Laden vor mir, aber ich habe hier so einen Laden vor mir, das muss ich sagen. Ja, also das kann ich mit dem Ding noch nicht schätzen.